Oh, ich bin schon so gespannt, wann Lovely wach wird. Das wäre bestimmt eine kleine Überraschung für Lovely, dass ich da bin. Was mache ich denn mal, solange Lovely schläft? Vielleicht wird Lovely ja wach, wenn ich ein bisschen auf meiner Kalimba spiele. Oder Lovely schläft dann noch länger. Oh, ich versuch's mal. Und könnte ich dann spielen. Oh, ich versuch's mal. Oh, mein Gott, Lovely. Hi, mein Lovely. Hab ich dich geweckt mit dem Geklimper? Wie gut, dass es dich gibt. Dir geht das nicht so gut, oder? Ja, du hast mir ja geschrieben, dass es dir nicht so gut geht. Und dann dachte ich mir, komm ich einfach mal rüber. Und leiste dir ein bisschen Gesellschaft hier im Bett. Und wie geht's dir? Lass mal deinen Kopf fühlen. Bisschen heiß. Ist dir warm? Ja. Weißt du, was ich mitgebracht habe? Bom, pass mal auf. Ich habe meine 1, 2, 3, gute Laune. Ich mache dich super schnell gesund, Box am Start. Ich habe ganz viele Sachen für dich mitgebracht. Damit ich dich ein bisschen ablenken kann vom, wie geht's schlecht sein. Und, ähm, ja, ich kümmere mich jetzt einfach ein bisschen um dich. Und verföhne dich. Und hoffe, dass ich dir damit ein ganz bisschen helfe. Komm, ganz bisschen. Erstmal kriegst du eine dicke Umarmung von mir. My Lovely. My Lovely. Meine Güte. Die ist ja echt warm, oder? Weißt du was? Soll ich mal eben ganz kurz ein bisschen deinen nass, kalten Speis abputzen? Moment. Ich habe doch hier alles in meiner 1, 2, 3, gute Laune. Ich mache dich super schnell wieder gesund, Box. Ja, natürlich. Du kennst mich. Es ist alles in dieser 1, 2, 3, gute Laune, Box. Ja. So. Erstmal. Toppech. Ganz vorsichtig. Den Speis von deiner Stirn. Kranksein ist echt doof. Hoffentlich geht's dir ganz schnell wieder besser. Geht das so? Ja. Perfekt. Keine Sorge. Alles wird gut. Man glaubt es nicht, wenn man in dem Moment, wo man krank ist, denkt man so schnell, keine Ahnung, wie das mal war, als man noch gesund war. Da denkt man so, wow, das wird ja noch ewig dauern. Aber zack ist man dann irgendwann wieder gesund. Also keine Sorge, das wird schon wieder Kopf hoch. So, genau, Kopf hoch. Apropos Kopf hoch. Schau mal. Ich habe Fluffy, Lovely Little Star mitgebracht. Ja. Und du darfst dich gleich auf Fluffy, Lovely Little Star drauflegen. Und ein bisschen mit dem Sternchen kuscheln. Wie ich diese kleinen süßen Wangen lebe. Hä, ist das? Das knettert so schön. Okay, also Kopf hoch. Kopf hoch. Und Kopf hoch. Warte mal. So, geht das? Liegst du gut? Schön, schön an den Sternchen kuscheln. Okay. Ja. Sehr gut. Mein Lovely. So, wollen wir doch mal schauen, womit ich dich noch ein bisschen ablenken kann. Schau dir mal bitte diese süßen Eulen an. Ich habe einen Teeuntersetzer, also Teetassenuntersetzer mitgebracht. Wenn du gleich einen Tee möchtest, stelle ich den hier drauf ab. Just in case. Also nur, wenn du einen Tee möchtest, stelle ich die Tasse hier drauf ab. Ich habe alles dabei. Ich habe alles dabei. Alles. Ich ziehe bei dir ein. Möchtest du eine Runde Puppets spielen? Warte, ich mache die mal fertig für dich. Alle bereit. Fangen wir an zusammen. Okay, von einfach Reihe nach, soll ich das machen? Okay. Oh, Mist. Welche Farbe gefällt dir eigentlich von denen hier am besten? Lila, blau, mintgrün, hellblau, gelb oder orange? Welche Farbe findest du am schönsten? Ja, mega. Mag ich auch richtig gerne. Das hier ist meine Lieblingsfarbe, mintgrün. Macht schon Spaß. Lass ich dir hier liegen, falls du gleich auch noch eine Runde spielen willst. Jetzt, wo ich dein Gesicht abgetopft habe, könnte ich dir ja ein bisschen Creme drauf machen. Ich habe sogar meinen Maskenpinsel dabei. Weil du beim letzten Mal gesagt hast, dass der sich so schön anfühlt, dachte ich mir, verstreiche ich die Creme einfach mit dem Maskenpinsel. Gute Idee. Gute Idee. Ja, perfekt. Diese Creme habe ich geschenkt bekommen. Und da ist Shea Butter drin und Mandelöl. Mit Shea Butter und Mandelöl ist die perfekte, ideale Allround-Pflege für Hände, Körper, Gesicht und Lippen. Alles klar. Mal sehen, wie die riecht. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ob ich die wohl aufgerecht? Also diese kleinen, kleinen Düschen sind immer so dicker. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja. Ui. Ei, ei, ei. Du wirst es nicht glauben. Ey, die riecht so, so krass fruchtig. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, erst mal einen tiefen Zug genommen. So, und jetzt schmiehe ich die ganze Paste. in dein Gesicht, in your face, ab damit. Und der Rest ist für meine Hände. So. Achtung, Achtung. Okay, sehr gut. Ja, dein Gesicht ist jetzt komplett mit weißen Punkten ausgestattet. Du siehst wieder mal fantastisch aus. Und jetzt werde ich die Creme komplett auf deinem Gesicht verteilen. Hast du, wenn du krank bist und im Bett liegst und zwischendurch schläfst, auch öfters mal so Albträume? Also ich habe das immer, wenn ich so mich nicht gut fühle und dann krank im Bett liege, dann nicke ich immer ganz oft weg. Und dann habe ich immer so richtig verrückte, gruselige Träume. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das dann einfach damit zusammenhängt, dass man sich einfach nicht so fit fühlt. Dass man dann auf total bescheuerte Gedanken kommt. Hoffentlich wirst du nach der Verwöhnbehandlung hier richtig gut träumen, richtig gut schlafen. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Brauchst du eine kleine Stärkung? Ja, okay. Weißt du, was ich mitgebracht habe? Aber warte, wir machen jetzt Soundcheck. Soundcheck. Ich mache jetzt Geräusche damit und du musst dir raten, was das für eine Süßigkeit ist, die ich dir mitgebracht habe. Da wirst du eigentlich niemals aufkommen. Vielleicht doch. Warte, ich hole mal. Ich hole mal eins für dich raus und eins für mich. Ich mache jetzt nur Sounds damit. Als wenn du jetzt da drauf kommst. Also da fresse ich Späßen. So in der Art. Ja. Das ist zum Essen. Es ist bunt. Es ist länglich. Ich habe es dir schon mal mitgebracht, genau. Als ich dich das letzte Mal hier im Bett besucht habe und mich um dich gekümmert habe. Ja, als ich das letzte Mal bei dir war und dich aufgemuntert habe. Erinnerst du dich? Ja. Okay, dann weißt du es. Hey, tschüss. Ja, genau. Und welche Farbe möchtest du haben? Rot oder Gelb? Rot oder Gelb? Ja, ich möchte weiter. Nein, ich möchte natürlich mit dir teilen. Da hat ganz kurz mal mein Bauch gesprochen. Mein Bauch hat direkt gesagt. Ich möchte weiter. Gelb oder Rot? Rot. Okay. Mega, oder? Okay. Okay. Ich habe noch drei Sachen für dich. Einmal möchte ich dir was zeigen. Und dir ist kalt. Oh nein. Meine Güte. Armes Bodybutt, ey. Wie gut, dass ich das Körnerkissen mitgenommen habe. Ich wollte es erst vorher in den Kühlschrank legen. Aber ich dachte mir, gut, wenn es dir nicht so gut geht. Da ist ja meistens ja auch kalt, wenn man krank ist. Man deckt sich dann richtig dick zu. Und da darf so ein Körnerkissen natürlich nicht fehlen. Ja, da bin ich ja froh, dass ich das mitgemacht habe. Dann bekommst du jetzt erst mal das Körnerkissen. Und kannst dich dann mit dem Sternchen zusammen so richtig hier einkuscheln. Perfekt. Warte, ich lege das mal hier vorne hin. Geht das so? Ja. Perfekt. Keine Sorge. Das wird schon alles wieder. Das wird schon alles wieder. Oh Gott, hast du es schon gehört? Antistressball habe ich mitgebracht, weil der so mega coole Sounds macht. Ich dachte mir, du kannst dich jetzt mal kurz zurücklehnen und so richtig entspannen. Oh Gott, hast du es schon gehört? Ich glaube, ich muss die mal wieder abwaschen. Die sind ja voller Fussel. Ich glaube, die Bälle haben zu viel mit dem Sternchen rumgekuschelt. Magst du die Sounds auch so? Ja, ja. Von den Gubbles. Okay. Ich dachte mir, wir spielen ein kleines Spiel. Wie heißt das nochmal mit den X und Kreisen? Meine Güte. Ich stehe gerade massiv auf dem Schlauch. Wie heißt das denn nochmal? Das spielen wir jetzt mit diesem Notizbuch. Wie schön glitzert das bitte. Und jetzt? Ja. Vielen Dank. Ich habe noch gar nichts in dieses Büchlein geschrieben. Das heißt, wir zwei starten als allererste. Okay, warte, ich mache mal vor. Okay, also ich glaube, du weißt gleich, was ich meine. Ich starte mit Kreis und du bist X, okay? Also, wir spielen jetzt ein kurzes Spiel. Du darfst mir sagen, wo ich das X hin machen soll. Hier, hier soll das X sein, okay? Okay, da ist jetzt ein X. Okay, ich mache hier einen Kreis. Wenn man eine Reihe geschafft hat, dann hat man gewonnen. Möchtest du das X hier hin machen? Okay. Und jetzt, wo möchtest du das X hin haben? Oh nein, in der Mitte. Du hast gewonnen. Strike. Wie konnte ich denn das übersehen? Ich Oberhorst. Jo, richtig gut. Du hast gewonnen, Lovely. Du hast gewonnen. Mega gut gemacht. Toll. Toll. Dafür kriegst du jetzt noch einen extra Sound. Guck mal. Du wirst nicht glauben, woher ich diese beiden süßen Herzchen habe. Ich habe mir Flipflops gekauft. Und die waren dabei. Ich dachte mir, wie cool ist das denn? Ein kleines extra Geschenk. So als Zehntrinner waren die dabei. Mega cool, oder? Warte, mach mal Augen zu. Ich streiche damit jetzt. Vorsichtig über dein Gesicht. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube, das ist heftig weich. Okay, wir machen das jetzt. Vertrau mir. Mega, oder? Ich bin auch mega überrascht. Vielleicht kann man das ja sogar als Make-Up-Spamm benutzen. Na, das wäre ja mal fancy. Als wenn ich das nächste Mal dich irgendwie zu einem coolen Anlass schminke, würde ich einfach mal so richtig wild diese Herzchen nehmen. Das könnte klappen. Ich glaube, das könnte klappen. Und dann machen die auch noch so coole Sounds. Wie witzig ist das denn? Ich glaube, es ist es Sobald die Lutzle, sobald die Lutzle, sobald die Lutzle, sobald die Lutzle. Ich bin ein Fan von diesen Schaumstoffherzchen auf euer. So, my lovely. Du bist wieder müde, oder? Jetzt hab ich dich auch echt lange schon vom Schlafen abgehalten. Was kann ich denn noch für dich tun? Soll ich dir diese Perlenmaske aufsetzen? Ja, ich bleib natürlich gerne noch bei dir natürlich. Soll ich noch ein bisschen auf der Kalimba spielen, wenn du möchtest? Ja? Okay. Mach ich sehr gerne. Mir fällt zwar gerade kein Lied ein, aber vielleicht kommt das ja dann. Ich glimba einfach ein bisschen langsam darauf rum, damit du hoffentlich gut einschlafen kannst. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und ich wünsch dir gute, 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 gute Besserung. Gute, 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 gute. Gutschi, gutchi. Das klingt so viel Gutschi, 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 Gutschi. Gute, Gutschi, Gutschi, Gutschi. Gute, Gutschi, Gutschi. Gute Besserung, my lovely. Schlaf richtig schön, ja. Und süße Träume. Und schreib mir doch mal, wovon du… wovon du dann geträumt hast, okay? Hab dich ganz doll lieb. Und ich setze dir jetzt vorsichtig auf. Die Palmaske, okay? Ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich hoffe, es geht dir dann schon viel besser. Hab dich lieb. So, mein Lovely. Oh Gott, ich hoffe, das geht so. So, mein Lovely. Ich hoffe, das geht so. Ja. Ach, und weißt du was? Vielleicht hörst du es. Ich hab noch die Wasseruhr dabei. Soll ich die einfach mal laufen lassen? Ja, während ich spiele. Okay, wie du meinst. Ja, hier ist die Wasseruhr. Bubbly Timer. Bubbly Timer. Bubbly Timer nennen wir die Wasseruhr. Bubbly Timer. Und jetzt. 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 Und jetzt.